Georg Baumann, Bürgermeister der Gemeinde Unterach am Attersee. Die Gemeinde Unterach freut sich, Teil der Kulturhauptstadt 2024 zu sein. Wir sind schon voller Tatendrang und freuen uns auf die Diskussionen und die Projekte, die wir selber schon in Planung haben, aber auch auf die Verbindung zwischen den Gemeinden, den Zusammenschluss, die kulturellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir gerne präsentieren möchten und natürlich auch den Diskurs über Probleme und Schwierigkeiten, die für uns in der Zukunft wichtig sein werden.